ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe auch eine legendäre Skin, also ich kann nicht verlieren. Was ist passiert? Chris, Chris. Yes! Alter, selbst mit Lags kriege ich Sinn. Die erste Folge Overwatch. Vielleicht mache ich auch noch mehr, wenn ihr wollt. Und sofort die geilsten Lags ever. Trotzdem klar. Oh fuck, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee. Uuuuh, dumme Idee. Er hat die Beste, rauch auf die Beste. Ja, wo ist er? Ja, der ist zu spät. Hab ihn! Die fucking Maura, die fucking Maura. Bitte Kitsi, bitte, bitte, ich hab sie fast. Yes! Ja! Ich versuche einfach aus ihrem Schussfeld rauszubleiben und gehe einfach dann all in, wenn sie nah ist. Wenn sie nah ist, wenn sie nah ist, wenn sie nah ist, wenn sie nah ist, wenn sie nah ist. So, jetzt kannst du mir nix mehr. Ich habe jetzt 500 Mal gesagt, wenn sie nah ist. Wenn du jetzt gleich auf die Range gehst, hasse ich dich. Wenn sie nah ist! Wenn sie nah ist! Ich hab doch sowieso gewonnen. Boah! Nee, hast du nicht. Die geben mich jetzt all in. Jetzt ruck sie sich rein. Oh, nee, noch nicht. Nein, das war's! GG! Nein! Nein! Wir können ja gleich nochmal. Farrah Mercy. Scheiße! Ich muss aufs Klo. Zu spät! Uff, das ist richtig kacke gerade. Ich stell mir grad vor, wie der Reapers sagt. Ich muss aufs Klo. Guck mal hier. Corona. Okay. Was? Das ist unmöglich. Das überlebt er nicht. Außer er kriegt einen guten Stun durch. Oh, das ist das... Was macht der? Was macht der? Drück doch Rechtsklick! Der reißt da noch. Wenn der das schafft. Nein! Rett rein! Chris spielt die Rolle des Führers. Jo. Ja! Was ist das für ein Zeichen? Was? Hier. Oben. Bei Eliminierung Suche. Oben links. Dieses... Dieses Upload vielleicht. Dieser Upload. Weißt du auch nicht. Moment, 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 Moment. Wer hat die scheiß Eiswahl rein getan? He? Was ist passiert? Uff. Blotop, mach das. Komm, Blotop, mach das nicht. Nein, ich brauche doch nicht hier hin. Da kriegt er selbst ein. Ähm. Das schneiden wir raus. Nein. Ich treff nicht. Alter, mein Aim ist so schuldig. Ich treff dich nicht. Ich kann nichts tun. Du musst dich löten. Cookie. Cookie. Der freut dich auch. Cookie. Der freut dich. Oh, Cookie, 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 Cookie. Juhu. Ich spiel die auch voll oft. Oh, krass. Wow, Müll. Müll. Oh, Chris. Chris. Oh mein Gott, Chris. Was denn? Yes. Ich hab, ich hab Tracer Dab, aber nichtsmeinschattiert. Ich hab Tracer Dab, aber nichtsmeinschattiert. Äh, weißt du was das krass, was das coolste gerade ist? Sie dodget einfach alles. Äh, ne. Bei mir wird ihr Playermodel nicht geladen, deshalb ist das einfach eine coole Kamerafahrt. Ja, ist bei mir aber auch. Ich treff einfach gar nicht. Also ich treff schon, aber es macht keinen... Die ist schon wieder auf der Map gefallen. Die ganzen Suicide Tracer-Spieler immer. Wo ist da? Wo ist da? Oh, what the fuck? Was hast du vor? Yes. Haha. Es soll, dass man da geschützt ist und nicht... Ohhhhh! Nein! Es ist ein NoTalk. Ich find's, by the way, sehr, ich find's, by the way, sehr appreciatbar, wieviel der mit meinem Kitzel noch amt. Wer braucht schon Teammates? Ja, super. Wer braucht schon Teammates? Ja, wer braucht schon Teammates, ne? Wer braucht schon Teammates? So, Chris, ich würde mal vorschlagen, ich spiel mehr Farrah. Okay, dann spiel ich so bitte. Nein! Du musst die Bonassi spielen! Ja, okay. Yes! Ach du meinst, ich spiel Mercy in 30 Jahren. Was? Was? Mercy in 30 Jahren älter. Das, was ich nenne Super-Bro-Moment. Oh, fuck, die Widow, die Widow, oh, die ist fast tot. Die Widow ist fast tot, ich geh jetzt auf die Widow. Mach das. Ja, mach jetzt auch, du musst das sehen. Ja, ich bin auch mal gut hier. Nein! Richtig mal. Was? Rotor. Okay. Alter, die ist gut. Ey, guck mal, die kann was. Nein, schieße deine Geschütze runter, schmeiß deine... Nein, auch mal, auch mal. Und das ist wieder hoch, Alter. Ich will grad so gar nicht mit dem hinfahren und dann scheiß... ...Dreckskörper von dem Stuhl schmeißen und darf er selber spielen, ne? Aber wie kann man so inkompetent spielen? Ja, als ob du auch nur andersweise eine Selbstschlussanlage durchbekommst. Was? Wie suchst du denn da? Ich geh doch durch! Was tust du da? Digga, ich will grad so gerne einfach, dass sie stirbt. Ja, als ob dir auch nur eine durchbekommen mit dem Ding. Ja, sag ich doch. Es bringt mich... Schmeiß sie doch nicht einzeln! Alter, das ist doch pikanzo agro, wenn die... ...wenn die... ...spiel nicht mehr, ne? Mach den scheiß Teleporter weg und teleportier dich gleich nach unten! Ach, das ist so gut! 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 Warum play my main bro?! Bis zum nächsten Mal.